Unsere Experten haben intensiv an einer Lösung gearbeitet, die nicht nur die Transaktionsdaten, sondern auch die Zahlungstransaktionen bewertet und die Überführung in die Finanzbuchhaltung aufarbeitet, dem neuen DATEV Zahlungsexport. Was bedeutet das für Sie? Manueller Aufwand wird dank Automatisierung von Arbeitsschritten signifikant verringert und die Reduzierung von manuellen Fehlern durch den automatischen Import und die standardisierte Verarbeitung von Transaktions- und Zahlungsdaten. Wie ist das möglich? Über die angeschlossenen Marktplätze, Shop- und ERP-Systeme sowie die Zahlungsanbieter erhalten wir alle Transaktions- und Zahlungsdaten, die unsere Buchhaltungslogik für die Aufbereitung und Auswertung benötigt. Nach der erfolgreichen Auswertung stellen wir Ihnen die umsatzsteuerlich verarbeiteten Daten als DATEV Zahlungsexport zum Download zur Verfügung. Diese beiden Exporte können nun mühelos in DATEV eingespielt werden und der automatische Zahlungsabgleich in DATEV erfolgen. Steigern Sie noch heute die Effizienz bei der Mandatsbetreuung im Onlinehandel und erfahren Sie mehr über Texas DATEV Export.